Ein Team, eine Mission Daniel Schäuber ist Inhaber der SSEAG und Peter Cuoni der Inhaber der LSEAG. Wir arbeiten seit über 20 Jahren im Serverumfeld und haben schon vieles erlebt. Aus Erfahrung wissen wir, worauf es bei einem ausfallsicheren Server ankommt. Unsere Lösungsansätze, Ideen und Konzepte werden wir im Income2Publish präsentieren. SSEAG bietet Lösungen um vom Server direkt auf mobile Devices wie iPad oder Android-Tabletts zu gelangen. Das Ziel ist die optimale digitale Mediendistribution. Natürlich gehören auch schnelle Netzwerke, entsprechende Datensicherung und der Support dazu. LSEAG ist mit Speziallösungen wie dem innovativen LSE Storage Server der IT-Partner mit viel Know-how. Wenn es um Workflow-Optimierungen geht, dann sind die Möglichkeiten in der Softwareentwicklung und die Praxiserfahrung der Schlüssel zum Erfolg. Daniel Schäuber und Peter Cuoni werden sich den Themen Server-Technologien, Datensicherheit, Kommunikationstechnik etc. gemeinsam annehmen und informative Videos zur Verfügung stellen. Für weitergehende Fragen stehen wir Ihnen natürlich auch gerne persönlich zur Verfügung. Vielen Dank für's Zuschauen! Bis zum nächsten Mal.